Der Markt in Rudolstadt in einem Rundumblick. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Amtsgericht Und gegenüber der Güntherbrunnen. Das Denkmal von Anton Sommer Anton Sommer ist ein Rudolstädter Mundarztdichter. Das Parkrestaurant. Im Volksmund auch Theaterrestaurant genannt. Das Schloss Heideggsburg. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Unterhalb der Heideggsburg sehen wir die ehemalige Strickschule. Wieder angelegte Weinterrassen am Schlossberg. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Rudolstädter Rathaus in seiner markanten grünen Farbe. Blick zum alten Rudolstädter Rathaus in gelber Farbe. Der Schulplatz mit der Stadtbibliothek. Die Stadtkirche St. Andreas. Untertitelung des ZDF, 2020 Blick auf Rudolstadt von der Heideggsburg aus. Als erstes die Stadtkirche. In der Ferne der Marienturm und die Ausflugsgaststätte Marienturm. Ein Panorama von Rudolstadt. Der Schulplatz mit der Stadtbibliothek. Das alte Rathaus. Der Markt mit Rathaus Turm und Hotel Adler. Das Amtsgericht. Die Galeria Rudolstadt mit dem Schillercafé. Die Umgebung des Handwerkerhofes. Das Gymnasium. Die Lutherkirche. Und zum Schluss aus der Ferne herangesoomt das Erlebnisbad und das Krankenhaus. Ja. Ja. Die andere B oder Trainier. 3 Jahr Altfel. 3 3 4 5 6 Univ. 5 6